Hallo zusammen und willkommen an der Steuerbar. Wir sprechen heute über die Zukunft mittelständischer Kanzleien. Und mit mir dabei sind wieder meine Kollegin Franziska Boyong und mein Kollege Frank Hüsken. Hallo ihr beiden. Hallo. Mein Name ist Marco Hübner. Ja, und wir nehmen heute mal nicht in unserem Hörner Studio auf, sondern wir sitzen alle getrennt voneinander in unseren Homeoffice-Offices, Homeoffice-Büros, wie man es auch immer nennt, und heißt Frank und ich im Ruhrgebiet. Und Franzi ist aus München dazugeschaltet. Ja, und unser Gast, der ist ebenfalls digital dabei. Und Frank wird ihn euch natürlich gleich noch etwas genauer vorstellen. Ja, frischen Kaffee haben wir alle vor uns, soweit ich das sehe. Und daher starten wir jetzt bei dir, Franzi. Hol uns bitte einmal ab. Worum geht es in der heutigen Folge denn jetzt genau? Genau, die Zukunft mittelständischer Kanzleien haben wir die Folge ja betitelt. Es geht ans Eingemachte. Und zwar sprechen wir über die Frage, wie mittelständische Steuerkanzleien im Wettbewerb gegen die Großen bestehen können. Wir beleuchten, was sie bei der Beratung und Kundenbetreuung anders machen, wo vielleicht dadurch auch ihre Stärken liegen und welche Herausforderungen auf sie warten. Können sie mit den technologischen Ressourcen großer Kanzleien mithalten? Wo liegen vielleicht besondere persönliche Chancen durch den persönlichen Service oder auch die flexible Preisgestaltung? Und wir sprechen auch über die Zukunft der Branche, denn wie in vielen Bereichen geht es auch hier darum, junge Talente anzuziehen und Innovationen voranzutreiben. Es wird also sehr spannend. Genau, und unser heutiger Gast Michael Kreitinger ist Mitgründer und Partner bei Neo Kreitinger, Hofmann & Partners im oberpfälzischen KAM. Ja, beinahe wäre Michael Polizist geworden. Dann kam ihm aber eine rot-grünen Sehschwäche dazwischen. Aber das eröffnete ihm den Weg für eine weitere Passion, nämlich Steuern. Bereits als Jugendlicher hat er, so habe ich das gelesen, bis spät in die Nacht an Steuererklärungen für Freunde gearbeitet. Ja, und beide Berufe, der Polizist und auch der Steuerberater, haben ja eins gemeinsam, das spiegelt vermutlich auch Michaels Passion wider, Menschen zu helfen und in schwierigen Situationen Klarheit und Sicherheit zu schaffen. In diesem Sinne freuen wir uns sehr auf ihn. Hallo Michael, schön, dass du heute bei uns in der Steuerbar bist. Hallo zusammen, schön, dass ich da sein darf. Ja, Michael, steigen wir doch mal direkt ein. Was machen mittelständische Steuerkanzleien eigentlich anders als die Großen? Also, ich denke, wenn man es vielleicht umdreht, das Ganze, was machen Großkanzleien anders als mittelständische? Dann kann ich dir sagen, dass einfach Großkanzleien sehr, sehr stark in der Disziplinär arbeiten. Also, letztendlich über die Spezialeinheiten hinweg. Ich meine, Großkanzleien haben unter dem Dach gebündelt sämtliche Expertisen. Und das kann einfach eine mittelständische Kanzlei, so wie wir das vielleicht jetzt gerade auch möglich sind, gar nicht leisten. Also, da finde ich persönlich, gibt es den größten Unterschied in den Spezialeinheiten und in der interdisziplinären Zusammenarbeit. Darüber hinaus gibt es bei den Großkanzleien Kundenverantwortliche, die letztendlich die Spezialisten interdisziplinär orchestrieren. Und das ist im Mittelstand auch komplett anders. Also, bei uns zählt eher noch das Persönliche zum Unternehmen. Es gibt eine Partnerzugehörigkeit, nenne ich es jetzt mal, wo der Partner für seinen Mandanten, für den Unternehmer allein verantwortlich ist. Das ist ja ein großer Vorteil, den ihr in der Beratung und bei der Mandantenbetreuung habt. Gibt es da noch etwas, wo du sagst, da sind die kleinen und mittelständischen eigentlich besser und haben wirklich einen Vorteil gegenüber der Betreuung in den Großkanzleien? Wahrscheinlich ist es vielleicht auch ein Stück weit die Schnelligkeit, wo wir natürlich anders agieren können. Dadurch, dass wir einen sehr persönlichen Bezug zum Unternehmen haben, wissen wir natürlich im Unternehmen viel, viel schneller und eher Bescheid, wie das beispielsweise Großkanzleien haben. Ich meine, man muss auch fairerweise sagen, Großkanzleien beschäftigen sich ja relativ stark mit größeren Unternehmen, mit internationalen Unternehmen, wo Strukturen relativ komplex und groß sind. Das ist ja bei uns im mittelständischen Markt völlig anders. Da geht es letztendlich um persönliche Beziehungen. Man weiß eigentlich als Steuerberater oder als Berater bei den Unternehmen über das Unternehmen komplett Bescheid. Von dem her kann man ganz anders agieren, wie das Großkanzleien machen. Sind denn die Großkanzleien trotzdem irgendwo Konkurrenz? Gibt es da so überschneidende Bereiche, dass du sagst, naja, das ist schon ein Markt, da nehmen uns die Großen schon was weg und das haben wir eigentlich nicht so gerne? Oder sagst du, naja, da sind wir in einem völlig anderen Segment, wie du es gerade angedeutet hast. Das sind eher die großen Mandate, die auch sehr komplex und verschachtelt sind. Möchte ich vielleicht als mittelständischer Steuerberater gar nicht betreuen? Also ich sehe es tatsächlich nicht als Konkurrenz, sondern eher als Vorbild. Also die Großkanzleien machen natürlich vieles richtig, indem sie genau dieses interdisziplinäre Leben. Ich meine, es ist ja bei uns die Anforderung im Mittelstand, bei den mittelständischen Unternehmen nimmt ja auch in dem Bereich enorm zu. Wir werden konfrontiert mit strategischen Fragen bei den Unternehmen. Wir werden konfrontiert mit Fragestellungen rund um die Digitalisierung. Das können ja letztendlich einfach gestrickte Steuerkanzleien in der Form gar nicht ableisten. Also von dem her sehe ich eher als Vorbild, wie die Großkanzleien agieren, als eher eine Konkurrenz. Weil ich glaube schon tatsächlich, dass die Großkanzleien auf dem mittelständischen Markt, dass die da in den Markt gar nicht rein wollen. Also doch mal, irgendwo ist ja der Beratermarkt auch ein persönliches Geschäft. Der KMU-Markt tickt ja komplett anders wie der Markt der Großunternehmen. Und ich sage immer, persönliche Beziehung ist ja keine Einbahnstraße. Der Unternehmer muss ja mit dem Berater können und andersrum genauso. Und da sprechen einfach die Großkanzleien eine komplett andere Sprache. Du bist ja, Michael, in der Steuerberater-Szene auch gut vernetzt und tauschst dich mit Kolleginnen und Kollegen aus. Was denkst du, sollten mittelständische Kanzleien, in welchen Bereichen sollten sie aufholen? Du hast eben interdisziplinäre Arbeit. Du hast jetzt, das ist glaube ich so einer der Hauptthemen, Technik vielleicht auch. Wo müssen diese Kanzleien aufholen, um im Wettbewerb nicht ins Hintertreffen zu geraten? Die Großen haben ja meistens mehr Kapital im Rücken, können viele Dinge einfach viel schneller machen. Wo siehst du da eure Chance? Also am Ende des Tages geht es ja letztendlich immer um den Markt. Was verlangt der Markt? Was verlangt der klassische KMU von der Kanzlei? Und das ist tatsächlich so, wie ich es gerade schon beschrieben habe. Der Mittelständler, der verlangt von der Kanzlei oder von seinen Beratern schon auch irgendwo vollumfängliche Beratung. Ich nenne einmal ein Beispiel, Thema Unternehmensnachfolge. Ein Prozess in der Unternehmensnachfolge kann ja relativ lange andauern. Ich meine, da beginnt es einfach mal, die Generationen zusammenzubekommen. Also letztendlich weiche Faktoren. Weiche Faktoren kann jetzt nicht immer unbedingt ein Berater, der sich im steuerlichen Bereich wohlfühlt, bespielen. Also wir haben den Ansatz, wir haben eine eigene Unternehmensberatung jetzt zu uns ins Haus geholt, wo wir genau den Part, den weichen Part, vor eigentlich dem, bis wir mal zur Unternehmensnachfolge rein steuerlich kommen, bespielen wir das eigentlich mit den Kollegen. Kollege, wenn wir eine klassische Transaktion in Unternehmensnachfolge haben, ist der vorgelagerte Prozess bei unseren Kollegen angesiedelt. Erst dann kommen wir ins Spiel. Erst dann wird der steuerliche Part abgehandelt. Und dann kommt der richtige Aspekt noch mit dazu. Also, und was will der Mandant oder was will das Unternehmen? Der will letztendlich ja nicht fünf verschiedene Ansprechpartner haben, sondern der will einen haben. Der will eine Kanzlei, der will ein Beratungsunternehmen haben. Und das empfinde ich, das ist der Anspruch vom Markt, der sich jetzt, wenn ich das Thema Unternehmensnachfolge nennen darf, in die Richtung wir uns entwickeln. Also, diesen Full-Swing-Ansatz, diesen interdisziplinären Ansatz, wo die Großkanzlei uns vorlieben, den werden wir schon nachrüsten müssen, um letztendlich auch konkurrenzfähig zu bleiben. Okay, wir kommen gleich noch bei Franzi zu den Herausforderungen mittelständischer Kanzleien. Ich würde jetzt einmal Marco übergeben, weil Marco würde noch was gerne fragen zum Thema Preisgestaltung und Marketing. Ja, genau. Preisgestaltung passt eigentlich ganz gut. Denn da stellt sich die Frage, wenn wir uns die Preise angucken, können da kleine Kanzleien vielleicht auf anderem Beweg als dem reinen Preis Wettbewerbsvorteil erzielen? Zum Beispiel durch die flexiblen Strukturen oder sowas? Ja, also am Ende geht es ja bekanntlich immer ums Betriebsergebnis und nicht um den Umsatz. Ja, und zumindest ist das jetzt mal unser Ansatz, wie wir in der Kanzlei den leben. Deshalb bin ich schon der Überzeugung, dass der interne Overhead effektiv gestaltet werden muss. Ja, damit ich zumindest in der Preisgestaltung am Markt ein Stück weit konkurrenzfähig bin. Ich meine, wenn wir uns die Stundensätze zum Teil der Großkanzleien ansehen, die wird im Mittelstand kein Unternehmen bezahlen. Also von dem her ist Preisgestaltung natürlich ein sehr wichtiges Instrument. Ich muss aber am Ende des Tages auch sagen, Qualität kostet Geld. Und das ist in der Beratung einfach so. Also irgendwo, um Wettbewerbsvorteil generieren zu können in der Preisgestaltung, bin ich der Meinung, muss man letztendlich im Overhead-Bereich einen Shared-Service-Ansatz fahren. So machen wir das in der Kanzlei. Das heißt, wir organisieren schon irgendwo zentrale Dienste im Overhead-Bereich, sei es im Finance, im HR, im Marketing, in der IT gemeinsam. Und das bringt uns eigentlich zu dem, dass wir Redudanzen an den Standorten in den Kanzleien, an unseren Standorten letztendlich vermeiden, Kostenapparat stabil halten und dann letztendlich auch in der Preisgestaltung fair am Markt agieren können. Kennst du oder hast du Beispiele eventuell oder kennst du Kooperationsmodelle, in denen mittelständische Kanzleien auch mal mit Großkanzleien zusammenarbeiten? Also um voneinander zu lernen oder anderweitig voneinander zu profitieren vielleicht? Nein, tatsächlich kenne ich einen solchen Ansatz nicht, aber ich würde den total interessant finden. Noch dazu, ich war selbst schon mal bei einer Big Four beschäftigt. Ich kenne die Strukturen auch ein Stück weit. Und da kann man definitiv lernen, wie ich es gerade schon erwähnt habe. Ich meine, man darf auch im Beratungsumfeld, in dem, wo wir uns bewegen, das Rad nicht neu erfinden. Die Großen leben es uns vor. Ich glaube schon, dass wir da uns ein Vorbild nehmen sollen. Aber letztendlich muss man immer auf das Unternehmen achten und auf den Markt hören. Ich glaube schon, dass die persönliche Komponente, so wie es wir Mittelständler gegenüber den Unternehmen machen, dass das eine andere Ansprache, eine andere Sprache ist, wie das die Großkanzleien machen. Von dem her darf man nicht immer alles sich von den Großkanzleien abschauen, aber schon irgendwo auch sich darin die guten Punkte rausholen. Ja, okay. Das heißt, wahrscheinlich könnt ihr in einem mittelständischen Unternehmen auch eben ein bisschen flexibler reagieren zum Beispiel oder Nischen finden, die vielleicht ein Großkonzern oder eine Großkanzlei nicht unbedingt abdeckt. Heißt, müssen sich mittelständische Unternehmen klarer positionieren? Ich sage mal Unternehmen, ich meine mittelständische Kanzleien natürlich. Absolut. Also ich glaube, Positionierung wird zukünftig das Wichtigste sein in unserem Markt. Ich finde, auch das ist eine schwierige Disziplin. Ich meine, die Großen haben viel Geld, hohe Budgets. Die können sich natürlich auch, wenn es um Talente geht, die Talente natürlich noch viel gezielter suchen oder bekommen, wie das wir im mittelständischen Beratermarkt bekommen. Aber nichtsdestotrotz bin ich genau der Überzeugung, das Thema Marketing und PR für die Positionierung, das ist ein essentielles Thema, wo die mittelständischen Beratungskanzleien angehen müssen. Also wie wir gesagt haben, eine Nische finden und dann eventuell eine bestimmte Zielgruppe gezielt ansprechen mit Social Media und so weiter. Ja, Marco, ich denke, dass das Thema Nische gar nicht mal so das Thema ist. Ich glaube eher, dass so diese Transformation zum ganzheitlichen Beratungsunternehmen für den Mittelstand, Vorbildfunktion Großkanzlei, der wichtige Step ist. Da sehe ich nicht mal so dermaßen die Nische, sondern letztendlich werden die Unternehmen mit Spezialthemen auf uns zukommen und da müssen wir gewappnet sein. Und das ist für mich keine Nische, sondern das ist für mich einfach, ja, letztendlich das, was die Großen machen, müssten wir auch tun. Natürlich auf einem ganz anderen Level und auf einem anderen Segment, ja. Aber im Kern ist es eigentlich der gleiche Beratungsansatz. Aber in der Nähe, ne? Also ihr seid halt in der Nähe. Ich glaube, das ist vielleicht ein Kern, dass ihr nah am Mandanten seid. Richtig, na richtig. Also, das ist ja oftmals so, diese persönliche Beziehung, wo die Kanzleien der Steuerberater mit dem Mandanten genießt. Der Mittelstand funktioniert ja letztendlich letztendlich auf persönlicher Beziehung, wenn wir uns ehrlich sind, ja. Also, der klassische Steuerberater, der macht zwar Deklaration, aber am Ende des Tages ist der für Mandanten, für das Unternehmen in jeden persönlichen und strategischen Fragen mit dabei. Und diese Fragenstellungen, die führen ja letztendlich auch zu Beratungsbedarf, ja. Sei es in der Digitalisierung, sei es in der Strategie. Ich meine, die ganze Gesellschaft ändert sich gerade anblicklich bei uns. Die Führungsqualitäten in den Unternehmen ändern sich. Und da sind wir als Steuerberater einfach schlichtweg nicht der richtige Ansprechpartner. Und da bin ich der Überzeugung, da müssen wir uns als Kanzlei einfach ein Stück weit transformieren. Transformieren zu einem Beratungsunternehmen, wo wir genau dieses Beratungspaket mit anbieten. Und da ist dann letztendlich Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung ein Teil dessen, was wir zukünftig anbieten. Okay. Dann würde ich jetzt gerne mal auf das, was Frank vorhin schon angekündigt hat, zu sprechen kommen, und zwar weitere Herausforderungen für mittelständische Unternehmen. Kanzleien, ich sage auch schon Unternehmen. Kanzleien, so, darum geht es. Wir haben ja jetzt auch schon ein paar Sachen gehört. Ich möchte erst mal so auf die veränderten Anforderungen von den Mandanten eingehen. Das ist auch so ein Thema, was wir immer wieder in verschiedenen Folgen schon besprochen haben, dass sich eben die Erwartungen ändern. Viele erwarten vielleicht auch digitale Lösungen, dass alles schneller geht, dass man Zugriff auf Informationen hat, flexibel, ortsunabhängig agieren kann, auch als Mandant. Können da so kleinere oder mittelständische Kanzleien überhaupt mithalten? Das mal vielleicht als konkrete Frage an dich. Tatsächlich glaube ich das nicht. Also, Franzi, da bin ich, ich meine diesen Erwartungsdruck, den die Kanzleien erhalten von den Unternehmen, man sieht es ja letztendlich, ob das vom Gesetzgeber kommt oder ob das letztendlich auch irgendwo in der finanziellen Landschaft passiert. Also, es heißt Investitionen, Unternehmen, die letztendlich einen Stillstand haben, klassischerweise haben Rückschritt. Also, all die Punkte, all die Themen in dieser doch schon sehr volatilen Zeit, wo wir leben, das kann eine Einzelkanzlei gar nicht mehr ableisten. Und ich meine, man muss vielleicht auch immer wieder klassisch unterscheiden zwischen Kanzlei, zwischen Steuerkanzlei und Steuerkanzlei. Weil viele Kanzleien haben einen sehr starken Fokus auf das Thema Beratung, auf das Thema Steuerberatung. Das sind nischige Kanzleien. Das ist aber nicht letztendlich so der Kern beziehungsweise das Gros unserer Kanzlei-Landschaft. Das Gros unserer Kanzlei-Landschaft, das sind klassische Compliance-Kanzleien. Also, sprich, wo man eine Finanzbuchführung, eine Lohnbuchführung, einen Jahresabschluss erstellt, und diese Art der Kanzleien, die werden sich in den nächsten vier, fünf Jahren sowieso vom MAP verabschieden, weil wir ja durch die Digitalisierung da einen sehr hohen Automatisierungsgrad haben. Und dann geht es letztendlich um die qualifizierte Steuerberatung und um die qualifizierte Beratung. Und das können Einzelspieler oder Einzelkanzleien, Einzelkämpfer nicht mehr ableisten. Zumal, das schließt jetzt auch an meine zweite Frage an, zumal eben auch Unternehmen wie DATEV oder Lexware ja eben Steuerlösungen anbieten, die auch für kleinere Unternehmen und Kanzleien schon oder auch Unternehmen oder auch Endkunden halt erschwinglich sind, dass es den kleineren Berater vielleicht sogar überflüssig macht. Siehst du da diese Entwicklung? Beziehungsweise du hast jetzt gesagt, die Beratung ist im Fokus. Das ist ja etwas, was jetzt so eine Software nicht unbedingt so gut löst wie der Mensch. Aber ja, siehst du diese Entwicklung, dass das ja in Zukunft noch schwieriger wird, gegen solche Softwarelösungen anzukämpfen als Berater? Absolut. Also absolut. Ich denke, gerade in den manuellen Tätigkeiten, da stecken wir ja schon mittendrin. Also wir sind ja eine DATEV-Kanzlei, haben mit der DATEV auch einen exzellenten Partner, der in dem Bereich Automatisierung und Digitalisierung enorm fortschrittlich agiert. und das wird sich in den nächsten Jahren noch forcieren. Und also heißt letztendlich, die Kanzleien werden in dem Bereich weniger Arbeit mehr haben. Was aber dazukommt, und das habe ich gerade schon erwähnt, der Steuerberater ist ja nicht nur Erlediger für das Steuersagen, sondern der Steuerberater ist ja letztendlich auch für sämtliche, also zumindest der KMU-Berater, der klassische, für alle Nebenkriegsschauplätze im Unternehmen mit verantwortlich. Und das, meine ich, wird zu dem führen, dass die klassischen Einzelkämpfer irgendwann mal überfordert werden. Also ein klassischer Fall von Überforderung, weil wenn das Unternehmen wegen jeden Punkten zum Steuerberater geht und läuft, dann wird das irgendwann einmal ein klassischer Fall von Überforderung sein. Das, wo man jetzt am Markt auch schon beobachten kann. Und das wiederum führt meines Erachtens einfach zur Konzentration am Markt. Also viele Steuerkanzleien und so agieren wir auch mit der EO-Kanzlei. Das beobachten wir auch am Markt, schließen sich ja jetzt zusammen. Also Kanzleien mit 15, 20 Mitarbeitern, die wollen nicht mehr alleine am Markt agieren. Die wollen Synergien nutzen, die wollen fachliche Kompetenzen nutzen. Und das ist der Trend, der beobachtbar ist und da wird sich auch der Markt hin entwickeln. Also in die Konzentration von größeren Beratungseinheiten oder Steuerkanzleien und Wirtschaftsprüfungskanzleien und das dann letztendlich in der Ausprägung zu einem Beratungsunternehmen, das glaube ich persönlich wird die Zukunft sein. Glaubst du, wenn ich mal kurz dazwischen gehen darf, Michael, dass die Kanzleien, die diesen Weg nicht gehen, sich nicht zusammenschließen, die einfach sagen, ich glaube, dass ich das Ding für mich ja alleine rocken kann. Du glaubst, dass die irgendwann nicht mehr existieren? Also ich glaube, dass es schwierig wird, dass man existieren kann, weiterhin existieren kann. Warum? Weil letztendlich ist ja unser Markt auch ein Stück weit ein Arbeitnehmermarkt. Also du musst dich ja attraktiv gestalten, um auch letztendlich Talente und Kollegen zu bekommen. Und kleinere Einheiten werden meines Erachtens schon auch das Problem haben, A, den Mitarbeitermarkt zu bespielen weil ohne Sichtbarkeit, ohne Marketing kannst du letztendlich die Talente gar nicht akquirieren. Und dann ist es natürlich der Trend der Digitalisierung. Ich meine, man braucht sich nur mal auf den Marktplätzen einer Dativ tummeln, wie viele Möglichkeiten, wie viele Ansätze es für Schnittstellen, für Software gibt. Das kann ein Einzelspieler meines Erachtens gar nicht mehr bewältigen beziehungsweise den Überblick behalten. Also ganz krass kann man sagen, kooperieren oder verkaufen? Boah, ist reißerisch, aber ja, kann man so sagen. Danke. Also ich glaube, dass der Trend da hingeht, ja. Nichtsdestotrotz, wenn es keine Nachfolger gibt, keine jungen Steuerberater, die nachkommen, dann kann man den Laden gleich zumachen, hätte ich fast gesagt. Wie kann man so die Zukunft der mittelständischen Kanzleien sichern? Welche Maßnahmen sollten Kanzleien ergreifen, um eben auch die jüngere Generation von Steuerberatern anzusprechen und für den Beruf zu begeistern? Das ist auch so ein Thema, über das wir schon öfter mal gesprochen haben. Aber wie ist deine Sicht auf diese Dinge? Also ich glaube, wir haben schon auch Ansprungen gehabt. Ich persönlich finde das Thema Positionierung enorm wichtig. Unternehmens Positionierung, sehr, sehr starkes Marketing und vor allen Dingen auch die Transformation in der Führung von Unternehmen. Ich glaube, dass die moderne Führung eine komplett andere ist, wie die von den Berufskollegen vor allen Dingen in den letzten Jahrzehnten gemacht worden ist. Und man muss sich auf flexiblere und mobilere Themen auch im Arbeitnehmermarkt einstellen. Und diese Positionierung, glaube ich, ist enorm wichtig, damit mittelständische Kanzleien sich die Zukunft sichern können. Macht ihr das Mitarbeiter-Marketing selber, Michael, oder habt ihr das ausgelagert und nutzt dafür eine Agentur? Ja, wir haben tatsächlich ein eigenes HR im Haus, also bestehend aus Recruiting, bestehend aus einem HR-Lead, der sich um um die Karriereentwicklung von den Mitarbeitern kümmert, aber arbeiten auch zusätzlich mit externen Recruiting-Unternehmern zusammen. Und was wir sehr stark machen, wir haben eine externe PR-Agentur bei uns. Wir organisieren zwar Marketing im Haus, zentral gesteuert, aber unsere externen Dienstleister, die sind für uns enorm wichtig, weil wir nach wie vor ein Beratungsunternehmen und eine Steuerkanzlei derzeitig noch sind. Die Transformation zum Beratungsunternehmen haben wir noch vor uns und da wollen wir natürlich auch irgendwo schon vom Kostenapparat her stabil agieren und das setzen wir einfach auf klassische externe Dienstleister. Ja, super spannend, aber wäre das nicht auch ein Punkt, der pro mittelständische Kanzleien spricht, nämlich genau diese flexiblere Herangehensweise oder dass man flexibler auf die neue junge Generation eingehen kann, was diese New Work Themen angeht, weil also ganz ehrlich, ich kenne noch, ich habe in meinem Bekanntenkreis einige, die in größeren Einheiten arbeiten und da ist das teilweise noch, da sind wir noch, also manchmal das Gefühl, da sind wir wie in den 90ern. Also die haben eine ganz klare Hierarchie und eine Struktur und die sind vom Duzen noch so weit weg, wie wir vor 20 Jahren waren. Das ist aber euch wahrscheinlich einfacher umzusetzen. Also ich glaube, das ist so der klassische Dampfer auf hoher See, wo wir jetzt schon die Möglichkeit haben, wir können einfach die Schnellboot bleiben und uns da letztendlich schon auch vorbildlich an den großen Kanzleien halten, was die vielleicht richtig machen. Und ich glaube auch, dass der Arbeitnehmermarkt sich komplett gedreht hat. Ich meine, wir sehen es ja, ob eine Viertagewoche Work-Life-Balance ist für die meisten Kollegen ein enorm wichtiger Punkt. Nachvollziehbar, wenn ich jetzt nicht unbedingt der Unternehmer bin, der klassisch 24x7 arbeitet. Ich glaube, dass sich die Gesellschaft auch ein Stück weit dreht. Familie steht im Mittelpunkt, Reisen, Lifestyle steht im Mittelpunkt. also am Ende des Tages Wohlstand und steht vielleicht sogar am Spiel dadurch, wenn wir da ein Stück weit zurückgehen. Aber das ist die Klaviatur, die wir jetzt im mittelständischen Markt, im Beratermarkt, in dem Kanzleimarkt beherrschen müssen, um letztendlich auch die Talente zu bekommen. und ich glaube auch, das ist im Übrigen eine Chance. Marco, wie du sagst, bei den Großkanzleien ist es tatsächlich ein Stück weit antiquiriert zum Teil, was das Thema, ich sage nicht einmal Führung anbelangt, aber zumindest dieses Setup von den Arbeitszeiten. Ich meine, wenn man sich die Big Fours beispielsweise ansieht, da werden die Assistenten in den WP-Bereichen schon einmal 70, 80 Stunden auf Aufträge draufgechargt. Das kannst du, natürlich ist das nice, wenn man so agiert, aber bei uns in den Kanzleien, in den mittelständischen Kanzleien, kannst du mit solchen Themen nicht mehr punkten. Geht nicht mehr. Gibt es aus deiner Sicht noch Trends oder Innovationen, die der Mittelstand in den nächsten Jahren besonders im Auge behalten sollte? Ich hatte mal als Notiz dazu geschrieben, Steuer-Apps oder das große Thema KI. Ist das etwas, wo du sagst, dass auch der mittelständische Kanzleien auf jeden Fall mitziehen müssen und das im Auge behalten sollten? Ja, unbedingt. Wie wahrscheinlich viele andere Kollegen genauso meinen, wird KI aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken sein. Man sieht es ja letztendlich, man muss unterscheiden zwischen künstlicher Intelligenz und klassischer Automatisierung in den Prozessen, da wo wir schon mittendrin sind, gerade in den Leistungsprozessen, Rechnungswesen und Lohnbuchhaltung, sind wir ja schon mittlerweile sehr, sehr stark in der Automatisierung. Wo ich meine und so wie ich den Markt sehe, sind wir in der KI in Bezug auf fachliche Expertise noch ein Stück weit weg. Es gibt ja schon Ansätze, es gibt ja schon viele gute Unternehmen, größere Unternehmen, größere Einheiten, die sich mit KI in den fachlichen Expertisen beschäftigen. Da gibt es sicherlich noch viel Bedarf für die Zukunft, aber das ist überschaubar. Wir werden gerade in dem Bereich KI viele tolle Tools bekommen, wo man uns letztendlich da schon nochmal auch für Mittelstand sehr, sehr stark auch an die Großkanzlei heranarbeiten können. Weil am Ende des Tages, wenn ich einen Fachinformationstopf habe und bekomme den strukturiert aufgearbeitet, dann können wir als mittelständische Kanzleien auch fachlich mit den Großen mithalten, muss man ganz klar so sagen. Und was ich dann schon noch auch sehe, das ist dann vielleicht auch der Trend, wenn sich größere Einheiten zusammentun oder wie wir jetzt bei Neokanzlei, wo wir Kanzleien kaufen, damit ich diese standardübergreifenden Services, die Zentraldienste, wie es wir beschreiben, dass ich diese Redundanzen an den Standorten wegbekomme. Also da werden wir auch noch sehr, sehr stark auf Automatisierung setzen, also diese standardübergreifenden Zentraldienste und Effizienzen steigern, da bin ich überzeugt davon. Ist doch spannend, im Moment schießen ja diese neuen KI-Tools wirklich wie Pilze aus dem Boden, das ist ganz spannend, ich habe bei ChatGBT gestern das erste Mal diese Voice-Geschichte probiert, wo du einen Tutor hast, mit dem du dich unterhalten kannst und mit dem du Probleme challengen kannst, das ist wirklich krass. Eben habe ich gesehen, ein Tool, früher gab es ja diese Website-Baukästen, wo du dir eine Website zusammenklicken konntest, jetzt sagst du, ich bin eine mittelständische Steuerberaterkanzlei und benötige eine Website, gestalte sie mir und dann hast du innerhalb von zehn Sekunden die Vorlage fertig, musst noch Bilder und ein paar Überschriften austauschen. Das ist schon wirklich krass, in welcher Geschwindigkeit das gerade passiert und deswegen gibt es vermutlich jetzt auch schon Tools, von denen wir noch gar nicht wissen, die dann schlagartig in zwei Monaten irgendwie auf dem Markt sind und das dreht sich gerade mit einer Geschwindigkeit, die ist für dich vermutlich auch atemberaubend, oder? Richtig, aber Frank, ich glaube, das ist für uns als Berater auch wieder eine Chance, weil das zwischenmenschliche Persönliche zum Unternehmen, das kann die KI Gott sei lang nicht ersetzen. Also ich glaube, was wir erfahren in diesem Zeitalter ist einfach Erleichterung, Erleichterung in den Tätigkeiten und das ist auch gut so. Ich meine, der Arbeitsaufwand wird immer mehr durch die Herausforderungen, durch die Anforderungen, wo wir täglich erhalten, also von dem her finde ich persönlich das Werkzeug einer KI oder einer Automatisierung essentiell, damit man letztendlich den Beratungsbedarf gegenüber der Mandanten wieder nachkommt. Und also das spüren wir schon so, dass man dadurch, dass wir da schon Entlastung haben, wieder näher am Mandanten anwachsen. Das finde ich gut. Mehr Automatisierung durch KI und durch Dinge, die dann einfach sich von selber erledigen und ihr habt wirklich die Zeit mit eurem Mandanten zu sprechen. Richtig. Schöne neue Welt. Cool. Und das gepaart dann letztendlich auch noch mit strategischen Ansätzen, wo man vielleicht auch einen zusätzlichen Beratungsansatz generiert. dann glaube ich, dann kann man den Mandanten vollumfänglich beraten. Und das ist das, wo ich überzeugt bin, dass das der Mittelstand braucht. Okay, ja, eigentlich ein schönes Schlusswort, weil ich gucke jetzt hier gerade mal auf meinen Zettel beziehungsweise auf mein iPad in die Notizen und ich habe nichts mehr. Habt ihr noch Fragen oder was auf dem Zettel? Oder haben wir noch was für, haben wir irgendwelche Infos, Shownotes und so weiter, Hinweise? Ja, ich hatte mir das Kanzleinetzwerk aufgeschrieben. Michael, vielleicht willst du dazu noch zwei, drei Sätze sagen. Du unterhältst ja mit der Kanzlei auch ein Kanzleinetzwerk. Vielleicht kannst du dazu noch kurz erzählen, was das ist, was ihr da macht. Ja, gerne. Also, tatsächlich sind wir kein Netzwerk. Tatsächlich transformieren wir gerade auch wirklich zu einem einheitlichen Unternehmen. Also, wir kaufen eigentlich 100% Beteiligungen. sind jetzt derzeit am neuen Standorten in Bayern unterwegs, beschäftigen in der Gruppe 150 Mitarbeiter, haben derzeitig tatsächlich noch einen sehr starken Fokus auf das Thema Compliance, machen den größten Umsatz, den meisten Umsatz im Bereich Jahresabschluss, Finanzbuchführung und Lohnbuchführung. Da fühlen wir uns auch in der Basis wohl. Da haben wir auch gute Prozesse. Aber, wie ich es gerade schon erwähnt habe, ist jetzt unser Fokus, unsere Positionierung tatsächlich hin zu einem Beratungsunternehmen zu transformieren. Also, letztendlich auch Beratungsgeschäft ausbauen, qualifizierte Steuerberatung. Das Thema Wirtschaftsprüfung bespielen wir relativ stark. Jetzt auch das Thema ESG, nicht nur die Implementierung, sondern auch die Beratung von ESG-Normen. da haben wir uns jetzt aufgestellt, da werden wir im 2025 relativ stark auf dem Markt präsent sein und ja, wir wollen den Consulting-Arm einfach ausbauen. Also, im klassischen Compliance-Markt sind wir stark. Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung bauen wir gerade auch wirklich aus und das Thema Consulting rundet es für mich eigentlich ab. das rundet es für mich ab zu dem Beratungsunternehmen, zu dem, wo wir werden wollen, wo wir uns hin transformieren wollen. Ich glaube, da können wir fast nochmal eine extra Folge zu machen, Chancen durch Wachstum. Ich glaube, für euch ist ja auch die größte Herausforderung, die Strukturen dann gleich zu ziehen. Wenn du sagst, sieben neuen Kanzleien habt ihr, alle arbeiten ja irgendwie anders und da ist man zu schauen, dass man Strukturen, die auch doppelt laufen, vereinheitlicht und das irgendwie effizient funktioniert, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, oder? Ja, Frank, wir haben ja auch eine klassische Transformation. Also, jeder Standard, wie du sagst, tickt ja ein Stück weit anders. Hier eine Homogenität in die Einheit zu bekommen, das ist eine Herausforderung. Also, wir stecken gerade auch wirklich wieder in einen Onboarding-Prozess mit einer Kanzlei. aber auch da letztendlich steht es in keinem Buch, wie Onboarding funktioniert. Du musst es einfach machen. Du musst es irgendwo zwischenmenschlich erfahren. Organisiert sind wir. Wir haben Kollegen und Kolleginnen, die das richtig, richtig cool machen. Aber ich sage immer, auch in solchen Prozessen musst du Fehler machen, damit du einfach die Erfahrung bekommst, um das vielleicht dem nächsten Mal besser zu tun. und unser Plan ist einfach schlichtweg der, wir haben bis 2028 einen klaren Plan vor uns. Wir wollen wachsen, wir wollen aber nicht unendlich wachsen, wir wollen qualitativ wachsen, wir wollen unser Beratungsportfolio ausbauen und da wird natürlich der Filter der Kanzleien schon ein Stück weit enger. Und ich wiederhole mich da vielleicht, am Ende des Tages geht es immer um die persönliche Beziehung. Auch bei uns in der Kanzlei, nicht nur am Mandantenmarkt, sondern ich finde es einfach enorm wichtig, dass man gemeinsam immer Spaß hat, täglich in die Arbeit zu gehen und das ist das oberste Credo, was man haben soll. Super, vielen Dank Michael. Schönes Schlusswort. Habt ihr noch was? Franzi, warst du durch? Ja. Okay, dann wären wir am Ende der Sendung angelangt. Michael, vielen Dank für das Gespräch, war sehr spannend. Echt super, danke. Vielen Dank an euch, es hat mir Spaß gemacht. sehr gut. euch da draußen natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, es hat euch gefallen und wie immer gilt, wir freuen uns natürlich über Kommentare aller Art, also schreibt uns bitte einfach an steuerbar at nbb.de und ebenso freuen wir uns natürlich über Likes bei YouTube oder ein paar Sterne im Podcast Player oder wo immer ihr uns auch hört. Ja, damit macht's gut, bleibt weiterhin gesund und schaut zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao. 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 Vielen Dank.